Vielleicht, vielleicht bin ich etwas behindert geworden, aber gerade jetzt sind zwei der geilsten Künstler zusammen, ja, Ram und Dope DoD. Was soll man dazu sagen, Jungs und Mädels da draußen, aber das ist einfach nur Bombe, ja. Ich freue mich auf den Track riesig, ich telefoniere ständig auch mit Ram, ja. Am 30.08. bin ich auch wieder in Russia, in Moskau und fliege dann auch weiter Richtung, ich glaube Sibirien, keine Ahnung, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf diesen kleinen Trip, ich bin dann etwa vier, fünf Tage in Russia, soll ein bisschen Russland sehen und dann wieder zurück nach Hause, ja. Aber lasst uns mal diesen Song anhören, ich bin echt gespannt. Liebe Leute, könnt ihr mal echt schreiben, was soll ich zu meinen 100.000 Abonnenten, wenn die kommen, machen, ja. Vielleicht ein Track zusammen mit einem Künstler, ähm, vielleicht organisiere ich was, ja. Aber vielleicht habt ihr auch eine Idee. Die Stimme von Dio ist einfach... Das ist so, als wenn ich die Freundin knalle und ihr fliegen vorne die Zehen einfach aus dem Gebiss. POW! Oh, was das sick dem? POW! Oh, was das sick dem? POW! Oh, was das sick dem? Dio, die rasiert einfach. Bambe! POW! 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 Das ist jetzt sein Skill, ja, einen sehr guten Skill einfach und, ja, ein toller Typ. Bam, das geht einfach in die Fresse, ja, als würde dein Vater dir mit einem Hausschuh in die Schnauze klatschen, weil du wieder zu spät nach Hause gekommen bist. Ja, ja, ja. Einfach ein kranker, kranker Song, muss ich sagen, ballert einfach mies, ja, schaut selber vorbei, hört euch das selber mal an, einfach crazy. Ja, ja. Ja, ja.